Die zweite Frage, die ich natürlich stellen muss, muss es immer so spannend sein? Die ersten zwei Versuche, ich habe bald in den Tisch gebissen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, du bist dann so cool in einem dritten Versuch vor 65.000 Leuten. Ich habe mich vorhin hier hochgestellt und mir ist die Klammer gegangen, wo ich die Leute gesehen habe. Wie kann man so cool bleiben, so konzentriert? Ja, und der Druck ist man eben gefordert, sein Bestes zu geben und das habe ich gemacht. Eindeutig. Ja. Ja.